Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Colorway von Triplex dran. Eine schöne 20 mm Batterie, 16 Schuss, hat eine NEM von 103 Gramm und gekauft. Also hier ist nochmal die Abkürzung, die TXB645, das ist die Batteriebezeichnung. Ist wie gesagt F2, habe ich bekommen bei Rome Feuerwehr. Gekostet hat sie nur 4 Euro, deswegen habe ich gesagt, nimm sie einmal mit. Und dann werden wir uns gleich mal draußen gemeinsam überraschen lassen, denn ich habe sie persönlich noch nicht gezündet. Also Freunde, wir sehen uns gleich draußen und dann bilden wir uns mal eine Meinung über diese Colorway von Triplex. Bis gleich draußen. So, wir schießen jetzt noch die Colorwaves von Triplex. 60 Schuss. Also das Rot war gut, aber das Grün war schlecht. Also so eine Mittelding-Batterie. So, wir schießen jetzt noch die Leute, 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 die Vielen Dank.